Musik 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 mit einem fehl aufschlag geht der erste mal besser können den satz für uns entscheiden allerdings spiel 100 selbst Bremer nun mit einer 4-Punk-Vorsprung. Und direkt den 1. Nutz-Troner-Search mit einem harten Vor- und Fläscher. 8-0 Führung. 6-0 Führung. 1-0 Führung. 3-0 Führung. 10.7. Das ist ein Timeout. Es ist ein Kürz davor, den Entscheidungsversatz erneut zu erzwingen. Ängstlich will sich mit den Besten der Bundesliga messen. Der Vorsatz. Und das war's. Und das war's. Und der Bremen holt sich den Auswasserzieg in Neue und umentscheidend.